Was geht los? Hallo, grüß euch. Ich mache mit beim Sorinato Home Run. Nachdem ja viele Veranstaltungen ausfallen und auch der Integrationslauf, hat sich Sorinato überlegt, dass sie einen Home Run veranstalten. Ich mache da mit und möchte euch motivieren, dass euch auch alle Startnummern kauft bei Sorinato und da mitmacht, um den Verein zu unterstützen. Und jetzt laufe ich los. So, jetzt laufe ich da so ein bisschen an der Wiese. Ich bin da in Eben. Wir haben da so ein bisschen Country Home und im Country Home mache ich jetzt einen Home Run. Und da ist ein bisschen so ein kleiner Grund dabei und da reine ich jetzt so um und um. Jetzt reine ich da ins scharfe Gehege und im Sommer die Schafe sind und ich laufe da so weiter. Okay, Run und Reden ist gar nicht so unbedingt leicht. Ich laufe da auf. Okay, ein bisschen so Serpentine. Ich bin da so ein bisschen mehr ein bisschen mehr. Okay, ich bin da. 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 So, ich bin da. Und jetzt. Ich bin da. Und jetzt. Ich bin da. Ich bin da. Und mit der Kurve und runter. Homerun. Jetzt bin ich wieder da. Jetzt kriege ich noch einmal die Cornelia. Bin ich da drauf? Okay, das war der Homerun. Macht alle mit. Bleibt gesund und aktiv. Tschüss.